das war sehr melodisch hallo und herzlich willkommen wir sind wieder da es geht weiter mit dark and light mit den drei lustigen oder im moment weniger lustigen zwergen aber es wird wieder besser wir sind mitten in der bauphase ja wir müssen ja alles neu machen das ist ja das gewünschen euch ganz viel spaß ja von meiner seite auch also ich hoffe wir können noch mal irgendwie heute spätestens morgen ein bisschen also im nächsten video meine ich damit natürlich ein bisschen fleisch rum rennen sind die unterschiedlich diese dinge da kann man da wirklich nur fünf so dann mache ich hier schön feuerchen da packst du immer holz rein ja okay dann muss ich mir mal holz holen ach so das war das andere holz so mal gucken ob das reicht ich weiß es nicht werden sehen könnten wir unten noch ein bisschen licht machen ich mach mal hier über die tür ein bisschen licht oder an die tür oder über die tür über die tür das geht glaube ich auch gut nach über die tür ich mache auch über die tür habe ich schon gleich gut holz rein damit das auch ja so und wird das nur eine brennt sehr schön ja wunderbar also heute schon drin ich habe so 82 stück jetzt pro ding anmachen 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 schön licht mit das geheime licht wird so ich hole noch mal ein kleines bisschen so das war schon richtig ja ich weiß dass ich zu schwer beladen bin ich bin ja auch gar nicht so viel mal gucken wie ich das licht kriege da mache ich das so ich stehe noch mal so wie viel hast du noch nicht bestückt da mache ich das jetzt mal könnte so wenn du möchtest bestücken tun ja ich habe gerade das holz bei mir so kein ruhiger ein bisschen bild durcheinander sein muss nicht alles symmetrisch sein ist halt ja wo dann noch was fehlt immer noch was hingegen hier draußen habe ich auch noch mal zwei hingen gemacht ach so da kann ich mich ja um die wände kümmern wunderbar machst du die außenwände ja mache ich gut so auch anzünden hier müssen wir da einer haben ja hier in die ecke muss da ein war eine gelbe einblendung alle alles klar ist gut ich dachte monster teilen wir angesagt nee nee dass ich ja war zu dicht an der wand und da kann man da offenbar durch gucken ich habe mich dabei gedreht so weiß ich glaube ich muss ein kleines schlenker machen ich glaube hier kriege ich nichts hin du bist du gerade oben da wo die feuer und kisten waren ach so ich glaube da muss ich ein kleines schlenker machen ich kriege da nichts mehr hin keine foundation müssen wir vielleicht mal hinterher gucken ob uns dazu was einfällt ach so hast du keine mehr ich kann mir hin ja okay ich habe die dinge warte mal ich habe aber eine idee da können wir doch platten drauf legen ich habe doch bestimmt mal platten warte mal ich gucke mal ob ich noch ein paar platten in der kiste habe ja platten habe ich aber ich glaube das kriegen wir nicht in griff ja ich habe mal eine platte und ich komme raus wieder wo ist so meinst du wer hat auch ich weiß was du meinst ich habe schon und obendrauf so ja genau so also ich habe auch noch eine so genau da kann man drauf hüpfen das auch nicht dann haben wir so eine kleine plattform zum irgendwas hier machen meine treppe hoch ja mal gucken ob ich schon eine bauen kann ich warte ich habe vielleicht eine ich muss gucken treppe du hast wahrscheinlich nur ein dach ne ich habe so eine schräge ja natürlich eine rampe also ich gucke mal ob ich schon eine richtige richtige treppe bauen kann ach so ja das wäre natürlich ideal nein kann ich aber noch nicht kannst du noch nicht moment dann versuchen wir dann mal hier eine ganze da eine rampe hin machen ich glaube die ist falsch rum ne die steht richtig so kann ich das ding da drauf so kommen wir hier nämlich hoch ist doch gut so lassen machen wir hier noch wände drauf würde ich sagen vier stück bräuchten wir habe ich lassen hast du noch super wenn du dich hier oben so drauf stellst wäre cool dann ist das nämlich zu ja stimmt das ist gut so ich gerade noch mal nach nach ob wir noch türen überhaupt mit schön haben wir nicht mehr das ist nur eine schräge ich habe sogar noch vier bilden da müssten wir mal türen für die außendings bauen das kann ich habe noch nicht schon in der kiste irgendwo ein bisschen stroh hier müsste stroh sein ja weit die schock hatte ja hier ist ich wollte es noch irgendwas bauen ja dann bau die du die türen ich mach die türen ja ich war gut so 1 2 3 4 dann haben wir den äußeren bereich nämlich auch mit türen versehen dann ist das doch schon mal gar nicht so schlecht oder ist das zu wo ich schwebe wieder gut super müssen wir irgendwann noch mal eine zweite band drauf aufstellen oder was war ja müssen wir beobachten mal gucken was so in dieser gegend so passt das ist schön mit dem licht super hast du genug holz zum anhalten im moment nicht mehr ich baue jetzt aber noch an den anderen türen auch noch ein paar lampen dran ja ich habe schon 97 drin ja okay gut ja muss man mal gucken da kann man nicht ja auch 500 reinpacken ja so ich mal gerade ob das muss schlafen was ist denn das mit dem hammer das war baumodus ok so da wo nichts brennt da müssen wir halt noch holz reinpacken also lampen habe ich noch eine lampen ist nicht das problem lampen habe ich muss in mir erst wieder ein bisschen holz holen da können wir nämlich von zwei seiten hier drauf das passt doch ja gut man kann nicht oder wir machen statt der wende diese gitter hin aber da kann man nicht schießen nix ist doch schön so ich hoffe nur der server macht mit das wäre jetzt echt ärgerlich dann weiß ich auch nicht mehr weiter ich habe nur eine lampe habe ich noch ich schenke die da mal hin die lampe ja hast ja gewinnt wo noch eine fehlt ja guck mal gucken was habe ich schon ein holz das ist nicht genug da muss ich noch mal schauen das habe ich hier so aufteilen ja den teile ich jetzt noch mal gut und den auch noch mal und den auch noch mal so was haben wir denn 16 16 16 also aber auf jeden fall so wir müssen von außen auch noch was machen weil wenn dunkel ist sieht man die türen außen auch ganz schlecht ich habe überlegt ob wir das nicht oben an 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 das haus dran machen dann sehen wir das von der ferne so ein bisschen ohne möglichkeit eine lampe die da oben ist weißt du dann hätten wir die möglichkeit von der ferne zu sehen so wie so ein signalfall wenn wir die spawnfeier hätten das das jemand schon ja ja bauen kann ich das bestimmt ach das sind 2000 holz oder so ne ja ist ja schnell gesammelt ist ja nicht das problem ja okay wo wir das mal machen können wir das ganz oben aufs dach stellen vielleicht sollten wir mal in der nächsten folge oder übernächsten folge mal einmal wieder zu den zwergen gehen und also zu unserer heimat gehen praktisch und mal eisenwerkzeug kaufen ja das wäre nicht schlecht wobei da war noch irgendwo eine eisenachs drin meine ich bin oder habe ich die beiden ich habe nicht weiter muss nur eine sein dort du hast du meiner eisenachs geklaut wieso die städte liegt in irgendeiner kiste ja wer soll denn hier noch durchblicken wir haben keine kiste wo sowas drin ist ach warte mal das könnte diese angeeignet die hat nie das ist die zweite die ich hier habe eine eine herrschelbare eisenachs die habe ich aus der kiste gerade sie ist eine werkbank erst mal eine werkbank bauen schon mal dann sind wir auch schon wieder weiter moment werkbank können wir denn mit der werkbank sowas wie diese eisenechse bauen unter umständen kupfererz haben wir noch irgendwo warte mal 30 kupfer warte mal 11 waren draußen warte mal ich guck mal eben hier nach wie das ist nur prüge das sind die zusammen hier sind 11 11 habe ich doch dann ich nehme ich eine werkbank bauen aber ich habe leider nur 11 macht nichts ich kann noch was schwerer ist nicht tun ich weiß warte mal die füße ja ach ich warte so das trappe ich mal ok guck vielen dank bitte so dann kommt hier noch ein bisschen kupfer rein und das geht nicht seht ihr feuer anzünden so ja wir sollten vielleicht wirklich mal zu zwerge hupfen sehen ob ich darüber kommt jeder kommunik rüber von hier aus sich wenn ich da nicht rüber kommen dürfen die fiecher auch nicht hier rüber kommen boing türkopf ging gar nicht von alleine zu ne so warte mal hier ist ein mal ein mörser hatte ich nicht auch ein mörser ich habe keine ahnung ob ich in börser hatte oder ich habe ihn verloren weil wir haben ja nicht alles aufsammeln ja ja so eine katastrophe ja leider entschuldigt ich muss mir mein zartes näschen putzen so jetzt gehe ich noch mal kurz in mein bett auch das ist falsche ecke da lang so das qualm schön nach oben raus gut ok warum ist denn das aus hier da ist kein holz drin da auch nicht ok so dann nehme ich den stuhl und stelle mir jetzt hier den stuhl daneben so genau jetzt schlaf mal schnell eine runde so und ich baue erstmal noch die schleifmaschine das ist eine coole schnelligkeit ne leute schlafen einmal für 20 sekunden zwergen power napping genau so warte mal was habe ich denn jetzt hier so ich muss mir mal meinen droidenstab machen glaube ich das wäre kupfererz haben wir noch kupfererz irgendwo wenn du glück hast unten im schmiedeofen aber ich glaube das ist jetzt alles verkupfert ja ist alles haben wir noch irgendwo an kamen ton an kamen ich glaube nicht ich nicht irgendwo aber wer hat denn hier ein apfel da rein getragen hat irgend einer würde ich immer arbeiten halten ja vor allem an die hausarbeit ordnung schaffen hier das ist bestimmt unserer spock ich sehe kein ankommen ton das glaube ich kaum da ich ganz weit weg bin doch hier warte mal hier ist zwei an kamen stone aber hier war ein einziger nur ein einziger leider machen wir jetzt gelassen ich habe mir rausgenommen ach so also nie hock willst du mich fressen oder bist du friedlich ich habe immer so einen appetit moment hier hatte ich schon noch eine kiste das ist vielleicht mein level aufstieg warte mal konnte nicht irgendjemand schon na wie heißt es privatkisten bauen bleib doch mal so du bist so ein zappeliges vie bist du mann so warte mal ich kann es daneben oder die Kinder kann ich auch daneben stellen so zack so ach jetzt muss ich mal schauen was ich da rein hole nee erstmal den Behälter öffnen ja woanders hin tun später das gehört da nicht mein lieber Matt Micky ich habe es mir gemerkt erstmal den Behälter öffnen genau so was haben wir hier der Boden muss reparieren Holz und Dings war das mal ein level aufstieg nee das war noch nicht mal ein level aufstieg das packe ich jetzt alles erstmal beiseite nur so was wollte ich denn noch ach so ich wollte mit der damit wollte ich ankommen ins ton kloppen ich packe das jetzt alles hier rein da ist diese speer das gibt kein ankommen ins ton ähm Moment was stand da eben antiseptisches Holz ist das nicht so schön ich packe das mal weg nein das ist Blödsinn das ist Steinschwert davon habe ich es nicht mehr viele das packe ich jetzt weg ich bin auch ein steinschwert in mit okay jetzt kann ich wieder laufen das ist ein schönes haus geworden die größe ist gar nicht so schlecht ja du hast doch wohl nicht an meine worte gezweifelt nein ich war nur größe so ein bisschen irritiert dachte muss das wirklich so groß sein habe ich gedacht da war ich mir nicht so sicher weißt du so was machen wir denn jetzt ob es da kommt man nicht hoch das ist gut das passt schon ab jetzt bin ich drüber gehupft das geht nicht ich kann ja auch einen schlauen zahlen waren die scheine ich noch nicht ach das war in unserem ding soll das gezählt dafür okay hier muss auf jeden fall eine wand drüber könnten eventuell nur einige haben aber da haben wir solche stregen die versuche ich mal dahin zu kriegen doch vielleicht passt das ja fehlt aber auch schon wieder alles hier das geht ja auch noch dahin geht okay dann brauche ich etwas stroh und holz das reicht wieder nicht an material das müsste das rechts oder rechts genau so da möchte ich jetzt durch die gegend laufen ein bisschen was anderes sehen als hausarbeiter lass uns noch acht minuten warten daraus jetzt eine kette zu machen dann musst du schon mit rein nehmen hey das haben wir aber noch nicht ich habe gerade gesammelt ich wollte bisher von unserer zwergen festung ist dann so viel wie ich habe jetzt gerade 200 und drei ärzte da müssen wir doch zusammen hinlaufen ja wir machen gleich schon ich glaube ich den falschen ist fleisch im ofen wenn man daran nicht wieder alles rausgefressen hat beziehungsweise ein stück eine frau muss immer etwas mehr essen bitte schön pummelig bleibt dazu sage ich jetzt nichts ohne mein das würde ich dir auch scheiße wo ist denn der andere da oben links rechts was habe ich denn jetzt hier rechts dann muss ich doch den link nehmen jetzt mache ich hier wieder materialien ohne ende was los macht das ding fertig was passt das jetzt oder passt das nicht kommen bitte ja jetzt so ist gut super jetzt kann man ja glaube ich nicht darüber von außen nach innen von innen nach außen das geht jetzt nicht mehr gut super das war ich wollte schon wieder an den kopf gekriegt so hatte ich halt das ist hier das zeug meint gut da werde ich jetzt auch noch mal ein bisschen würde ich sagen materialien sammeln wobei das keinen sinn macht keinen großen ne im moment macht keinen großen sinn mal gucken vielleicht habe ich noch irgend hier platt mal gucken weil in der nächsten folge sollten wir auch wirklich mal gucken ob wir noch eine eisenaxt kaufen können vielleicht noch ein bisschen da oben die zwerge bestechen damit sonst bessere sachen verkaufen und so weiter und so weiter also eine eisenaxt habe ich doch noch die muss nur heilige macht weil die ist ja halb kaputt ja nützt ja nichts ohne eisen ja aber man kann sich ja trotzdem noch ach sie so und ich habe die werkbank noch gar nicht aufgestellt ich muss doch noch die werkbank aufbauen hast du denn das material zusammen ja die habe ich schon hier drin bei mir glaube ich sogar die werkbank hoffe ich habe ich das material nicht schon wieder verprasst für andere sachen wo habe ich sie denn acht acht da auf habe ich sie neu eine waffen kiste sollte ich noch mal machen genau wovon die kisten habe ich die noch hier auf ja hier ist ich mache hier noch mal eine waffen kiste daneben hier so damit und und werkzeug kiste wo dass ihr das wisst ja da sind auch alte werkzeuge und hier ist auch der eisenaxt drin nur dass ihr schon mal wisst und eben auch ein paar feine noch ja damit ihr das mal wisst ne so gut endlich kriege ich eine antwort so jetzt mal gucken ob ich den druidenstab noch fertig kriege ah da ist die erste werkbank wer das auch da kommen hinter langglauben ist ja auch nicht was ist das denn da hey da sprichst du blumen durch oh die armbrust ist auch da drin ja die habe ich auch freigeschaltet die könnte man auch machen warte mal was brauchen wir für material ach da brauchen wir eisenwaren ja das ist das das ist das das ist das ist das und den 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 tisch auch eisenwaren es ist das da oben pflanzenfresser futter was ist das hier ein haus ach so das ist das das ding okay ja gut ich schaue mal meine aufgabe sagt dem eisenerz sammeln genau da könnte ich die nämlich auch abschließen hochmütiger krieger im sand wäre dann nicht haben wir denn eigentlich schon eine magier werkbank hatte mal ich schaue gerade mal ach so zaubertur war das glaube ich dann die heimwerkbank bunt ach nee das ist die magierwerkbank da ist ja ja hast du sie brauchen wir 50 kupfer für wir müssen erstmal kupfer sammeln ja dann sollten wir das vielleicht im nächsten mal machen und holz holz ist nicht das problem kupfer und wir müssen jetzt unbedingt kupfer eisen magische scherben das machen wir in der nächsten folge ja genau meine lieben leute wir dürfen uns einmal wieder von euch verabschieden wir sagen danke fürs zusehen wir bieten ganz zwergen mäßig lieb um däumchen nach oben kleines glöckchen kleines abo vielleicht wenn ihr mögt und wir sehen uns in der nächsten folge wieder macht's gut ja zwergen mäßig lieb oder so ja bitte abo daumen ja dankeschön die zwerge haben euch riesig lieb genau also der 500 jährige der sagt wieder kein ton und ich bin ein grummeliger zwerg der ist schon so krummelig da machen wir jetzt schluss also denn bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal